Wir sind heute hier zum Spatenstich für unser neues Bürogebäude. Nach ungefähr einjähriger Projektierungsphase geht es heute endlich los. Wir haben lange gesucht nach einem passenden Grundstück und einem passenden Partner für unser Vorhaben. Wir wollen damit unseren in den Stadtraum bestehenden Standort unserer Kanzlei erweitern und wollen unseren Mitarbeitern für die Zukunft hier ein wirklich attraktives Arbeitsumfeld schaffen und wir wollen natürlich auch die Weichen auf weitere Expansionen stellen. Wir werden wahrscheinlich in anderthalb Jahren hier mit 75 Mitarbeitern in Stadtlohn einziehen in das Gebäude. Wir können in dem Gebäude am Ende bis zu 90 Mitarbeiter lassen und hoffen halt, dass wir hier attraktives Arbeitsumfeld haben und einfach wir freuen uns darauf, dass es endlich losgeht. 1